Soll ich mal ablenken und du sammles hin was ein? Achso, ja, wenn du willst. Ja, hab ihn. Jo. Da kann man wieder zurücklaufen. Auch Schiffe, wie Nordwesten. Ah, dieses Pferd, ey. Ah. Wem hast du es gezeigt? Hm. Dem nicht. Dem nicht, Sonne. Nö. Äh, über mir abgeben. Panzertau oder so, ne? Nö, mit Schackel-Draht sogar. Oh, ich habe auch schon jemand. Ah, dann ist er respawned, oder wie? Oder die haben, keine Ahnung. Schlange, das gemacht. Oder Schlange von unten, ne? Ah, stimmt, klar. Ja. Ich weiß nicht, ob Monster Respawn? Naja, die nicht, deswegen ja. Wollen wir es mal jetzt hin? Mh, Nordwesten, ja. Wird gerne, wo Heilung hier noch finden. Ah, ja, das wäre auch nicht schlecht, ja. Ach, hier liegt was. Oh, ja, eigentlich weiter werden die sein. Hm. Dann töten wir die da. Oder anders, du tötest. Und ich schau zu. Ich... Ich filme das. Aus meiner Sicht. Als ich frage, kämpfen die gegen den Boss, oder? Das hört sich fast an wie ein richtiger Fight. Vielleicht beides. Ah, hier sind verbrückende Vögel und gepanzerte. Oh, shit. Okay. Ah, don't sit in. Oh, ist auch mehr da, so in diesem Haus, da. Ja. Ah, da ist auch ein Hinweis. Also könnte auch Boss sein. Aber der Boss wäre halt in diesem Haus da hinten drin. Achso, aber der ist immer, okay. Achso, aber der ist immer, okay. Emulator getriggert. Vor allem, ich finde uns aber. Nee, aber der läuft hier zu dir, oder? Da oben bewegt sich was. Ah, man kann hier nicht markieren. Komm, da. Ah, da kam es natürlich wirklich zu mir. Achso, und Schwarmutter läuft auch in deine Richtung. Oh. 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 Warte mal, ich laufe mal ein bisschen über rechts. Ah, da oben irgendwie. Ja, ja, da auf dem Dach, ich sehe ihn. Ab ihn. Liegt da. Ja, da ist noch jemand. Ich werfe meine Giftbombe noch. Ah, da ist gerade jemand gestorben noch. Also ein Team ist vielleicht tot. Ja, ich kann nicht so weit werfen. Ja, auf dem Ding ist da auf dem Balkon. Hab ihn. Okay. Nice. Bin noch nicht gesehen. Wo kannst du markieren? Äh, da. Ach, hier so weit. Genau auf der Treppe oben. Würde ich versuchen, da kann ich so weit werfen? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist hier ein Fahrstuhl? Moment. Ich rufe einfach mal in den Fahrstuhl, guck mal was hören. Es könnten jetzt halt auch alle tot sein, ich weiß nicht. Jetzt habe ich da Giftbombe hingeschmissen. Sofort nach rechts. Nur mein Fahrstuhl, ich laufe auch mal rum. Wenn da jetzt mal einer ist, tötet der mich jetzt halt eh wie, aber... Ist da irgendwas hier drin? Wo ist denn der? Ich komm mal nicht hoch. Ich höre auf jeden Fall nichts. Also hier liegt eine Leiche, die habe ich nicht getötet. Hier drin brennt es. Oh ne, ist draußen. Hier liegen zwei, ja genau. Achso, naja doch, dann dürfen alle tot sein. Ich glaube, er ist nämlich hier hingegangen, um sein Teamkollege wieder zu beleben. Ja, okay. Hier liegen zwei, unten im Haus liegt einer und einer liegt dann keine Ahnung wo. Oder ein Solospieler. Oder ja, oder es war ein Solospieler, kann auch sein. Mal ausrauben. Ah, der liegt dann halt hier noch. Ich glaube, ich kann keine Gegenstände mehr aufnehmen. Dann mal Hinweis ein. Naja, machen wir das immer. Bisschen, bisschen EP. Ach genau, hier ist der Boss. Okay. Ich gucke mal, ob ich hier eine Waffe finden darf. Ah ja, hier ist ein Hammer. Über… Warten… WOK! Wo bekomme ich denn die Käse, ich stand raus. Aber ich suche nochmal eine andere Tür, die ist so wie Hacke mit dem Klettern. Ich wollte das Feuer hier noch anzünden. Oh. Das kommt doch nicht mal zu mir, nachdem ich Feuer gemacht habe. Hat er jetzt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe auch einmal einen mit der Bärenfalle getötet, der kam mit der Axt aus dem Fenster auf mich zu gerannt und ist in die Bärenfalle gegangen. Dann haben wir auch mal gemacht, da haben wir den Boss halt gemacht und dann waren da irgendwie so sieben Bärenfallen oder so und wir haben die halt alle in so eine Tür reingelegt und dann kam halt einer, das ist halt voll reingesprintet mit, keine Ahnung, Schroppflinte oder so und der ist dann halt durch alle Bärenfallen durch und ist daran gestorben. Schauen wir mal vor uns, sieht gut aus, hinter uns auch. Ich bitte noch da. Sind wir vorbeigelaufen? Ach so, das ist hier. Ich muss auch gerade nochmal auf die Karte schauen. Oh, sieht gut aus. Easy. Ah, eigentlich wäre bei Hunter jetzt auch ein Event, ne, das haben die hier verschoben. Ach so, was wäre denn, was soll das denn? Ähm, ja, die haben so ein großes neues Update halt in der Testversion gehabt. Genau, das habe ich. Also mit, genau ins Tartorial Level und da sollten halt jetzt ab den 22. eine neue Questreihe rein, aber irgendwie in dieser, auf dem Testserver waren irgendwie zu viele Fehler und Bugs sind so, jetzt haben die das verschoben. Okay. Tja, dafür hat man den Testserver. No. Hast zwei erwischt? No. Nah ja.